Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Shenmue 2. So, wir wollten zu dem Bloom-Tailer. Jetzt müsste der da sein. Ihr erinnert euch hoffentlich, ja. Um zu erfahren, wo wir über das vierte Wu Dei erfahren. Vielleicht ist er ja selber sogar Kampfkünstler. Entschuldigung. Ja, kann ich dir helfen? Ja. Ich suche einen Martial-Artist. Ein Martial-Artist? Xan, du sagst mir, dass die Leute in diesem Shop wissen würden viel über ihn. Ich verstehe. Ist jemand, den du mich zu erinnern kannst? Hast du in der Dojo in der Green Market Quarter, die Gwang Martial Arts School war? Ja. Ja. Kennst du von anderen Bereichen außerhalb der Gwang Martial Arts School? Warst du und gesehen Jan Min in Lotus Park gesehen? Ja, auch das. Ja. Hm. Die einzige andere Person ist... Wer ist sie? Sie ist Gwisheng und lebt in den Yan-Ten-Apartmenten, in der Süd-Karmain-Kurte. Sie ist ein Master von Tai Chi. Die Yan-Ten-Apartmenten in der Süd-Karmain-Kurte. Danke. Äh, ich muss mal ganz kurz... Der Wunsch spielt verrückt. Ich bin gleich wieder da. Der Wunsch spielt mir ganz kurz. Der Wunsch spielt mir ganz kurz. so da bin ich wieder keine ahnung was mit dem hund momentan los ist so jantien apartments da waren wir bereits einmal auf der suche nach dem meister lauschen kauf glaube ich hieß der auf jeden fall ist der nächste kampfkünstler mit dem wir zu tun haben werden eine frau was ich sehr gut finde im app of this area sowie sind dort hinten ja ich glaube vom weismann score kommen wir dahin oder vielleicht auch von scarlet hills genau wir gucken einfach mal ich meine wir haben es noch relativ früh dem wir dann endlich diese blöde aufgabe geschafft haben wie geld haben wir noch 31 euro smartzeit also man muss ja ehrlich sagen um wirklich geld darin zu machen muss man wahrscheinlich immer das gleiche paar ja aber ich kann auch anders geld verdienen und deswegen wechsel ich mich da immer schön ab ja und wenn wir mal ein bisschen mehr geld haben dann haben wir auch mal mehr als zwei nein weil jetzt momentan müssten wir eigentlich jeden cent umdrehen den wir haben aber ich schalte so außerdem ist der typ ich glaube ich bin falsch abgebrochen ich finde die echt gut ja da war so noch da oben scarlet hill ist ist der tempel der also einfach die straße runter so reichen stehen da lang und dann heute bin ich irgendwie orientierungstechnisch noch schlechter dran als sonst keine ahnung was liegt die antennen apartments waren dann ganz ganz hinten glaube ich habe es in der karte sie nicht so aus ich glaube hier ja dann rechts herum ja das ist gut aus so scheint es zu sein Du bist so persistente! Ich habe dir gesagt, ich werde nicht verlassen diesen Ort. Du wunderschöne Frau. Wir waren zu schwer. Wir zeigen uns. Du wieder. Wer bist du? Also du bist die Landshark. Was? Du willst dich kämpfen? Du! Oh, gegen 6 gleich. Na! Das ist der neue Kampfstil, den wir gelernt haben. Von dem Jianmin. Du bist nicht einer von ihnen. Nein. Also, was du willst? Ich habe gesagt, dass Guishan weiß über das Wudu. Ich habe gelernt, Gon, Dan und Gi. Aber es gibt noch eine andere. Ich werde dir erzählen. Huh? Ich bin Guishan. Du wirst? Warum hast du mich gescheitert? Warum? Du wirst jemanden? Um zu schreiten, ohne zu schreiten. Um zu tun, was richtig ist. Das ist die letzte Wudu. Wait! Was hast du das? Ich habe vergessen. Was? Geh zum Mann-Moh-Tempel und fragt Herrn Mo. Herr Mo, im Mann-Moh-Tempel. Ich meine, da hat er seinen Kumpel Goro kennengelernt. Wenn ihr euch noch erinnert. Wo ist mein Quader? Ich glaube, es war sogar hier, ne? Ja. Oh, schick. Sorry, Leute. Aber man kann ja nicht immer nur rumrennen, ne? Das ist schön, dass ihr jetzt beim Umgucken das nicht ständig wieder zurück snappt. Das sind schöne Dinger, ja? Ah, der gute Rühr nimmt sich ja viel zu wenig Zeit, sich immer ordentlich umzugucken und das Ganze zu genießen. Aber er ist ja auch nicht zum Genießen hier. Er will ja schließlich Landi finden. Bei dem wir schon so lange auf dem Fersen sind. Anfang Dezember hat das erste Spiel angefangen. Jetzt haben wir es schon Mitte Januar. Seitdem macht er halt nichts anderes außer irgendwie versuchen, Landi zu erwischen. So. Entschuldigung. Entschuldigung. Die Besucher sind nicht bereit. Ich bin für Master Mo. Ich will ihm etwas fragen. Oh, Master Mo ist in der dritte. Ich will ihn treffen. Kann ich in? Nein. Nein. Wir verhandeln jetzt das Tempel. Also sind die Besucher nicht bereit. Ich bin sorry, aber du musst gehen. Entschuldigung. Äh. Einfach Eindring tun wir nicht. Wir verhandeln mal. Bitte. Ich muss ihn jetzt sehen. Auch wenn du sagst. Ich bin in der Zeit. Kannst du etwas tun? Ich bin nicht in einer Position zu... Ich muss ihn sehen, Master Mo. Du bist sehr unverantwortlich. Bitte weg. Töne morgen. Okay. Bitte. Ich werde nicht viel von deinem Zeit nehmen. Entschuldigung. Aber wir sind in der Mitte des Klinik. Ich werde dir keine Probleme geben. Ich möchte nur ein kurzer Zeit gehen. Nein. Ich kann nicht... Als ich mit Master Mo zu treffen werde, ich werde weg. Es ist egal, was du sagst. Ich... Ich glaube, wir müssen eindringen. Ich tue es jetzt einfach mal. Kannst du deinen Master fragen? Okay. Ich werde ihn fragen. Jetzt ist meine einzige Chance. hinein. Jetzt ist meine einzige Chance, hinein zu kommen. Entschuldigung. Ich bin der einzige, der auszutausch. Entschuldigung. Ich bin der einzige, Du kannst nicht hier sein während dieser Zeit. Ich bin hier, um zu sehen, Master Mo. Huh? Wenn du hier bist, zurück nach später. Bitte. Ich muss etwas fragen. Na ja. Dann solltest du erst eine Service geben. Service? Huh. Ja. Wie geht es darum, die Sohle hier auszutzen? Okay. Ich werde das machen. Dann starte hier. Die Wände weg. Ich muss den Service geben. Ich muss den Service geben. Hat er sich schön aus der Affäre gezogen, aber... JAHU! Ich meine... Es ist schon... Hatte schon etwas mit Anstand zu tun, ja. Bestimmt nicht so ganz wie wir das gänzlich sauer machen sollen. Ich glaube, gänzlich sauer machen kann man gar nicht. Ne. Nein. Naja, machen wir einfach grob fertig. Und dann... Es sieht halt Banane aus, aber... Was willst du machen? Nein, da wollte ich englischen. Ja. Komm. Nein. Ich bin doch schon einen Schritt gelaufen. Frio. Nein. Ich bin doch schon einen Schritt gelaufen. Es sieht halt echt Banane aus. Als hätte er irgendjemand mit einer schönen Sprühdose in Grau rüber gesprüht oder sowas. Ach komm. Du musst die ganze Wand putzen. Nicht nur diesen einen Fleck. Nachher bist du da durch und hast ein neues Fenster geschaffen. So. Nein. Ich glaube, das wird mir noch das Ältere passieren. Ja. Oh. Oh. G. Be modest in judging yourself. Avoid showing moves without cause. This means there are other letters hidden. Ah. Jetzt lernen wir also Wu Dei. Über, über die, über die, äh, dreckige Wand, ja. Und ich denke mir so, wir rennen durch die ganze Stadt und, und suchen Kampfsportler. Ich meine, macht mehr Sinn, ja. Jemand zu haben, der einem das wirklich beibringt. Aber das ist schon ein bisschen, ... 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 Wenn ich die Person, auf dem du siehst, wirst du schon sterben. Was ist das? Ich denke, du hast keinen Ort zu gehen. Nein, ich... Geh zu dem Ort, auf dieser Karte später. Die Strecke öffnet um 11 Uhr. Verstehst du? Ähm, Master Li Xiaotao? Xu Ying ist gut. Huh? Xu Ying Hong, das ist mein eigener Name. Wenn du da zusammen willst, folgst mir. Ah, da Huan. Huan, ja, dein Yuan. Wir folgen ihr mal. Ja. Komisch. Also, wie gesagt, als ich denn mit diesem Outfit reinkam, habe ich es mir fast gedacht. Aber vorher diese Begegnung im Tempel und dann da unten in der Straße. Ja. Ich würde behaupten, Urio hat noch eine Menge zu lernen. Und das kann sie auch ohne Probleme mit ihr. Weißt du, normal sind wir schneller und auf der Treppe rennen sie uns einfach davon. Das ist... Ah. Das ist in jedem Spiel so. Die NSCs, ja, die ganzen Lichtspieler-Charaktere, sind entweder zu langsam oder zu schnell fürs normale Gehen. Und wenn man denn sprintet, ist man selber zu schnell und so. Ich weiß nicht, warum die das bis heute nicht hinkriegen, dass wenn man den ganzen normalen hinterherlaufen soll, dass man genauso schnell ist wie die. Das ist... Ich verstehe es halt einfach nicht. Könntet ihr euch wenigstens ein bisschen unterhalten, Leute. So. Heaven-Buddist-Altar-Shopper. So. Genau das meine ich. Guck mal, jetzt renne ich hier wieder weg und auf der Treppe ist sie mir weggerannt. Das ist halt so... Mäh. Warum? So. Wahrscheinlich Lucky Charms. Oder rechts. Oh, rechts herum. Okay. In die Sackgasse. Ah, da sind sie. Da, Johann Apartments. Schu-Wing. Was ist das? Kannst du mir sagen, wo Yung-Da-Zu ist? Warum willst du wissen? Ich kam hier, um Yung-Da-Zu zu treffen. Du bist noch nicht bewusst von der Position, in der du bist. Was bedeutet meine Position? Ich habe mit mir geholfen, aber ich habe nichts anderes geholfen. Dann wie über Yung-Da-Zu? Warum nicht du über deine Kung-Fu bist? Was bedeutet das Kung-Fu? Deine Bewegungen sind nicht geregelt, und du bist nicht notwendig. Als ich mit dir war, ich noch nicht... Du meinst, dass du nicht ernst bist? Nein. Ich weiß nicht. Entschuldige, deine Erfahrung zu verlieren. Nur dann wird das richtige Training beginnen. Warum hast du mir nicht erzählt, wer du warst, als wir erst kennengelernt? Ich wollte es nicht schlafen. Du hast nur gedacht, dass Master Tao ein Mann war. Ich habe dann auch nicht gedacht, dass eine Frau ein Master sein könnte. Wenn du auf die Erkenntnisse betrachtest, dann wirst du nicht die Kraft hinterher sehen. Die Zeit und Gender haben nichts zu tun mit Kung-Fu. Weise Worte, weise Worte. It's room 207 of this building. Huh? Come. Also schlafen wir jetzt bei ihr, ihr? Oder kriegen wir ein Apartment von ihr, wo wir drin schlafen können? Das ist die Frage. Und wird sie jetzt unser neuer Meister? Und ja, Ryo hat wesentlich weniger Erfahrung, weil er ja, zumindest kam es so durchgesickert im ersten Teil, irgendwann aufgehört hat, aktiv zu trainieren. Ja. Fukusan hat da mal was erwähnt, dass er schon lange nicht mehr im Training war und sowas. Das heißt, Ryo ist mehr oder weniger ein ungeschliffener Diamant. Shooing. Komm zu room 207 of the Daiyuan Apartment. Ja, bist du noch direkt davor? This room. Uh. Komm in. Is this... your room? Yes. Is there a problem with it? No, but... If I'm going to sleep here, it would... What are you thinking? You're sleeping on the sofa. But I can't complain. You're sleeping on the sofa. You're sleeping on the sofa. I can't complain. You're sleeping on the sofa. I can't complain. Ich bin Fangmeihun. Ich bin Fangmeihun. Ich habe ein Messer von Fangmeihun. Bitte geh jetzt zur Bibliothek. Die Bibliothek? Ich bekomme das. Hallo? Oh, ja. Ganz kurz. Fangmeihun will, dass Sie sich in den Rettung haben. Ich bin jetzt weg. Oh, ich habe fast vergessen. Entschuldigung. 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 Das ist ein bisschen Labyrinth. Du bist hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, wo gehts? Just follow me. Ja. Oh, dürfen wir jetzt Schüler sein? Ja. 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 Ich habe dich für die Nacht gelegt, nicht? Ja. Ich glaube, ich muss es. Habe ich etwas gehört? Nein. Ja. 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 Der Ryo ist halt noch sehr unreif. Ja. Bitte starte. Ja. Ja. Ich bin alle Pile und die auf der Bühne. Ich werde die Bücher entfernen. Ich werde die Bücher entfernen. Du einfach sie weg. Deine Arbeit in der Tempel wird bis nach Nacht. Wenn du sie wegforschen, dann wird es fertig. Ich habe es. Sie sind die Bücher wertvolle, also nicht sie weg. Wir gehen. Du musst arbeiten. Mein auch.